ich werde automatisch verstrahlt wie komme ich denn jetzt hier nett ok und schon habe ich wieder mein erstes mediflake verbraucht oder geht das so ich hasse dieses spiel wieso habe ich wieso habe ich mir das überhaupt gekauft ich glaube ich habe es mir damals nur gekauft weil es für zwei euro im angebot war schießt doch nicht lockt die typen doch nicht an munition munition ja schön was sollen wir jetzt machen ich habe keine ahnung oh mein gott ich habe ich habe doch ich habe die typen angelockt scheiße und ich muss den gasfilter wechseln nein muss ich so die filter wechseln gut nachladen super ich traue mich eigentlich gar nicht schlicht zu machen munition nur ein stück warte mal wenn ich das nachlade ok ich werfe nichts weg das ist doch schon mal schön gut ich muss hier durch munition munition gut komm gib mir die gasmaske ich möchte die maske haben scheiße nicht aus was ist denn jetzt los gut das ist hier irgendwo was an munition Licht Toiletten Toiletten brauche ich nicht gut geil alte PCs mit Diskettenlaufwerk brauche ich aber auch nicht ich mache jetzt gleich Schluss eindeutig bis zum nächsten Checkpoint nochmal Schluss ich habe keinen bock auf diese scheiße gerade kommen munition da hier aber ich möchte keine shotgun munition haben ich habe eine auto shotgun aber ich habe keine auto shotgun scheiße der ist böse auf mich nein nein was soll ich machen scheiße nachladen was sollte ich machen sag jetzt nicht dass ich nochmal von da aus los machen muss nein gut 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 gasmaske wechseln hallo ja einmal kurz alles nachladen gut ist nachladen messer gut wo muss ich hin ich muss da durch ja dämonen wie soll ich denn jetzt dahin ohne gesehen zu werden scheiße der hat mich gesehen oder scheiße der hat mich gesehen ist ab ins haus ab ins haus ab ins haus ab ins haus wua nein nein zweite nachladen am gemisch haben so tut mir leid aber Munition davon mehr Shotgun Munition Munition Okay, 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 okay Hallo Was ist los? Wie komme ich hier rein? Ich muss gar nicht da rein Boah Hör auf Hör auf, bitte Was hier weiter? Ja Schön Licht ausmachen Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Gut, schlecht Gar nicht gut Haben wir hier noch irgendwas? Ja Sei ganz leise Ich möchte nicht gegen euch kämpfen Ich möchte einfach An euch vorbei Ich glaube, das ist nicht möglich Scheiße Oh mein Gott Nein Weg hier Wow Nein Lauf Hilfe Nein, nein Raus hier Wo kommst du denn noch her? Gebt den Medi-Pack Komm Bitte, lass das Level zu Ende sein Bitte Lass das Level zu Ende sein Bitte Gut, er hat gespeichert Gut, er hat gespeichert Okay Ich höre jetzt hier auf Tut mir leid, aber Für heute war es das für mich Ähm Ja Lass das lieber am Tage machen Nicht um, äh Mitternacht Okay Bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Vielen Dank.